WULFALIL WULFALIL Ziemlich gut Das war schon mal nichts Nee Verdammt Verdammt Wir könnten ein Nickerchen vertragen Ja, das bringt uns jetzt auch nichts Da vorne ist ein WULF Ähm Oh, toll Der hat uns schon längst entdeckt Und er rennt weg Er ist tot Und wir haben merkwürdigerweise Immer noch diesen komischen Soundbug Den ich ziemlich verabscheue Leider gibt es dazu keinen Fix Es ist Nicht möglich Anscheinend Es gab Einige Einige Leute meinten Dieser Bug wäre mit dem Arnafische Skyrim Patch Gefixt worden Andere meinen Man könnte den selber fixen Indem man eine Soundfall Ersetzt Habe ich beides gemacht Und Man hört es ja immer noch So Wir durchsuchen noch einmal das Kaninchen hier Damit hätten wir jetzt schon mal ein kleines bisschen was geschafft Und liebe Freunde Wir haben doch eigentlich Sind wir doch gar nicht so arm 542 Septime haben wir Ich würde mal sagen Ähm Wir gehen noch einmal kurz nach Flusswald zurück Abscheulich dieser Sound Bug Naja Wir gehen erstmal nach Flusswald zurück Und ähm Verkaufen Unseren Loot Und dann werden wir mal weitersehen Denn äh Vielleicht finden wir ja noch irgendwo Jemanden der uns Für Geld Trainiert In äh Bestimmten Fähigkeiten Und vor allem sollten wir mal nach Banditenausschau halten Denn Banditen sind ja bekannt dafür Dass sie Äh Zum Beispiel eben auch Waffen haben Ne Und äh Da ist es äh Eben auch wahrscheinlich Dass sie Pfeile haben Und diese Pfeile können wir ja eigentlich ganz gut gebrauchen Da müssen wir uns keine kaufen Und Geld ausgeben Geld ausgeben mögen wir nicht So Lucan Wir haben noch ein bisschen was zu verkaufen Das Flusswald Handelskonto Hat alles was man sich von einem gemischbaren Laden wünschen kann Ja das ist schön Schmuckstücke Krimskrams Solche Sachen Und wir fügen deiner Sammlung nochmal zwei Wolfspelze hinzu Oh Und Eine rohe Ne Ne Die rohe Kanidienkeule lassen wir Denn sie bringt uns kein Geld ein Wir können halt noch nicht genug Äh Noch nicht gut genug Handeln Allerdings hat er auch Zaubertränkte gering Magiker Das ist natürlich schön Aber der ist viel zu teuer Und hier hat er auch nichts schönes Den Zauberbuch Erheilung Bräuchten wir eigentlich Am ehesten Naja Und hier haben wir auch nicht wirklich was Gut dann Ja Wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Aufwärmen Unterkühlung Acht Nässe 47% Dann bleiben wir hier noch einen kurzen Moment stehen Wärmen wir uns ein klein wenig auf Äh Dun Ist jetzt auch mit dem Suppenkochen Fertig Das ist schön Wenigstens einer der hier zur Runde kommt Ähm So eigentlich müssten wir doch jetzt langsam trocken sein Du bist rundum trocken Na also Da haben wir es doch Dir ist rundum warm Und das wird ja immer besser Dann gehen wir nochmal los Und äh Gehen Ähm Hier rechts die Die Straße hoch Denn äh Wir wissen ja aus Erfahrung Dass da oben Am Hang Des Berges Banditen lauern Und die werden da immer und immer wieder auftauchen Liebe Freunde Und deswegen gehen wir da hin und machen denen noch einmal den Chaos Hoffen wir mal dass die ein paar Pfeile dabei haben die wir nehmen können Äh Dun Dun Ach ich glaube ich habe ihn gesehen Ich glaube ich habe ihn Ja da ist er Ah Dun ist mal wieder so ein bisschen langsam unterwegs hier Aber okay Dafür kann er gut kämpfen Ne Dafür kann er Äh Starke Zauber wirken Das können wir noch nicht Aber das werden wir hoffentlich auch irgendwann nochmal drauf haben Ähm Wir müssen allerdings auch erstmal irgendwie Levelups und so Generieren Äh Wir müssen unsere Äh Fähigkeiten trainieren Und vor allem brauchen wir Wenn wir auch irgendwie stärker werden wollen Das werden wir dann aber auch irgendwann sehen Äh Wenn wir mal ein komplettes Äh Charakterlevel Äh Fertig bekommen Äh Dann werden wir das alle nochmal Äh Gemeinsam mitbekommen Wie das denn aussieht Mit den Attributen Äh Gesundheit Ausdauer Äh Mana Beziehungsweise Magika Äh Wie die denn aufleveln Denn Ja äh Das kann ich euch eigentlich jetzt schon mal sagen Äh Wir leveln nicht nur mit 10 Punkten insgesamt auf Sondern nur noch mit einem Punkt Jeweils Ja Wenn wir zum Beispiel aufleveln Äh Und äh Uns für Gesundheit entscheiden Ne Dann äh Leveln wir eben nur einen Punkt Gesundheit auf Ebenso Ausdauer Und bei Ausdauer kriegen wir dann eben auch nur einen Punkt Äh Traglast Tragfähigkeit Carryweight Hinzu Und wir haben natürlich jetzt auch Unseren äh Bogen nicht Da sollten wir mal Lieber so arbeiten Trainieren wir auch nochmal unseren äh Unseren Schleichskill Und unseren äh Zerstörungs Magie So Okay Das hat doch eigentlich super geklappt Jetzt haben wir hier natürlich immer noch diesen komischen Soundbug Er ist weg So Granatstein Immer schön Er bleibt weg Ja liebe Freunde Das ist nämlich auch Wieder so eine schöne Geschichte Mit diesem Bug Ähm Im Menü kann er dann irgendwie verschwinden Merkwürdigerweise Wir nehmen nochmal die Geldbeutel Ganz einfach weil da Geld drin ist So Den noch immer Wir müssen da so ein bisschen drüber halten Keine Ahnung warum Aber das muss anscheinend sein Schauen wir noch einmal hier in die Kiste Die Banditenlady können wir ja immer noch looten 65 Oh geil Wir kriegen ja immer mehr Gold Schon bald können wir uns wunderschöne Reichtümer bezahlen Beziehungsweise Ja Finanzieren So und sie Sie hatte natürlich keinen Bogen Verdammt Liebe Freunde Der ganze Weg hierhin war umsonst Naja nicht ganz aber Wir haben nicht das bekommen was wir wollten Ein winziger Seelenstein Den wir für einen September verkaufen Können und das ist eigentlich ziemlich geil Den nehmen wir mit Den können wir noch einmal schnell bei Lucan verkaufen Oder vielleicht in Weißlauf Falls wir denn da auf dem Weg hin sind Den können wir mal wieder nicht Durchsuchen Schade Vergammeltes Gemüse Nägel Holzkohle Nee Brauchen wir nicht Obwohl können wir das vielleicht Von hier aus Nö Doch Ah Da ist aber auch Feuerholz Feuerholz Das können wir doch hier zu Dingens geben Hot Der hat doch immer Verwendung für sowas Gut jetzt sind wir ein bisschen überladen Das ist nicht schön Ähm Vielleicht Naja was sollen wir schon großartig benutzen Hier Können wir irgendwie etwas anbraten Das Nee ich glaube nicht Ich dachte wir könnten die äh das Kaninchen Keule Irgendwie die Kaninchenkeule hier irgendwie ein bisschen zubereiten Können wir anscheinend nicht Wir sammeln doch einmal ein bisschen schwarzen Skewer Ganz einfach weil wir es können Wir sind sowieso überladen Da können wir das kleine bisschen auch noch mitnehmen Macht ja nicht viel Und dann werden wir nochmal Obwohl Äh Dun Nimm uns doch das Stück Holz ab Ich bin noch da Ja das ist schön Du kannst uns mal was abnehmen Was braucht ihr Und zwar Wo haben wir es Wo haben wir es Hier haben wir es Zack Genau Nach euch Und mir ist aufgefallen Ähm Obwohl ich hier meinen äh Mein PS4 Controller Unter dem Schreibtischhalte Äh Hört man den eigentlich noch ziemlich gut Müsst ihr mal drauf achten Immer wenn wir hier aus dem Menü rausgehen oder so Dann hört ihr Äh Das geht klicke vom Vom Controller Eigentlich mag ich das ja nicht Aber Äh Ich kann nichts dagegen tun Das ist nun mal so Äh Ich kann ja den Controller nun auch nicht irgendwie Kilometer weit weghalten Wie soll ich das machen Ist eben so Aber okay Wir sind jetzt erstmal hier Wir müssen erstmal äh Die Sachen verkaufen Und äh Dann suchen wir uns nochmal Jemanden der uns vielleicht irgendwo trainieren kann Irgendwie Und warum muss es eigentlich immer die ganze Zeit regnen Liebe Freunde Kann es nicht einfach mal einen ganzen Tag lang Äh Schönes Wetter geben Das äh Achso das ist nichts Das war nichts Ich hab gedacht da wäre irgendwie was Aber da war nichts So Oh und äh Wo wir hier gerade die Wache sehen Ähm Wir haben hier ein bisschen äh Ein paar weitere Mods Auch englisch sprachige Mods Die ich jetzt so nicht übersetzen konnte Ähm Am Laufen Äh Davon können wir mal eine ganz spontan Triggern Und zwar indem wir jetzt einfach hier Äh Äh Entlang schleichen Wenn wir hier Die hoffentlich Triggern Oder Müssen wir mal schauen Ja Und zwar hier Observed by the guard Also äh Wir werden von der Wache beobachtet Und die hat sich so gedacht Hm Wir benehmen uns ganz schön verdächtig Steht ja auch hier Äh Do to your suspicious behavior The local guards are actively observing you Sneaking Is more difficult Sorgt eben dafür Dass uns äh Ja Wachen verfolgen Und zwar nicht nur eine einzige Sondern äh Es können mehrere sein Einige Wachen sind weiter weg Eine ist direkt hinter uns Quasi läuft direkt hinter uns her Guckt uns so ein bisschen über die Schulter Und äh Naja Äh Zusätzlich wird eben noch Schleichen Äh Ein bisschen schwerer gemacht Glaube ich zumindest Ich weiß es jetzt nicht so genau Ist allerdings eine Mod Die ich nicht übersetzen kann Warum auch immer Ich hab geguckt in äh The Elder Scrolls 5 Edit Na Aber Geht nicht Ich hab da einige Einige Sachen übersetzt Zum Beispiel äh Die Äh Aschehaufen Geisterhafte Überreste Und so Die konnte ich alle übersetzen Aber die Dinger nicht Merkwürdig Das Flusswald Handelskonto hat alles Was man sich von einem Gemischbaren Laden wünschen kann So Wir haben wieder etwas zu verkaufen Lucan Wir sind häufig bei dir Hm Werf deinen Blick darauf Jo Wir werfen hier einen Blick darauf Äh So Einmal den Seelenstein Und den Granatstein Zack Wunderbar Bedammte Diebe Als wären die Dinge Nicht schon schlimm genug So Dun Muss uns jetzt auch nochmal Ein bisschen weiter folgen Denn wir müssen ja jetzt Noch einmal zu Hot Wo mag der denn jetzt sein Ist der vielleicht am Arbeiten In der Mühle oder Äh Hockt der wieder zu Hause Nee er ist da Er ist an der Mühle Wir sehen seine Schulter Das ist gut Ähm Ach Dun Lässt sich mal wieder Zeit Okay Dun Komm mal her Komm mal her Komm mal schön brav her Hier So ist schön Gehen wir Was braucht ihr So Der hat ja immer noch Langbogen Achso Nee das ist unser Langbogen Und Jagdbogen So wie das sein soll Der trägt nämlich unseren Langbogen Weil wir ja keine Pfeile haben Vielleicht müssen wir uns nochmal ein paar Pfeile holen Das könnte man Nach euch Nochmal machen Sucht ihr Arbeit Dann besorgt euch eine Axt Und bringt mir so viel Holz Wie ihr nur hacken könnt Ehrliches Gold Für ehrliche Arbeit So Und dafür kriegen wir nochmal Fünf Goldstücke Ja Also gut Ähm Jetzt Ja wir müssten eigentlich Liebe Freunde Wir haben genug Wir haben eigentlich genug Gold Wir könnten doch eigentlich ein paar Pfeile kaufen Unsere finanziellen Kapazitäten Packen das schon Vielleicht hat Alvor ja ein paar Pfeile mittlerweile geschmiedet Dass er uns mit ein paar Versorgen kann Alvor Was auch immer ihr benötigt Bei Ismir Wenn es einfach und stark ist Kann ich es schmieden Wollt ihr euch schützen Oder Schaden austeilen Hoffen wir mal Dass er was hat Aber Er hat nichts Schade Dann Müssen wir ja wohl oder übel Noch einmal zu Lucan Oh Mann Wir sind aber häufig bei ihm Das ist schon Fast verdächtig Liebe Freunde Beinahe verdächtig Meine Schwester Camilla Oder ich helfen euch gern So hoffentlich sehen wir uns Jetzt erstmal Das letzte Mal Das ist ja wirklich Sehr oft Lucan Oh etwas hiervon Aber Was davon Lucan hat immer Eisenpfeile Da nehmen wir ihm doch Alle ab Dann haben wir sogar Glatte 600 Septime Das ist doch mal was Feines Hat er vielleicht noch Irgendwie was zu Zu anziehen Nur eine völlig Überteuerte Blaue Magierruppe Ne Das ist nicht das Wonach wir gesucht haben Wir wollen doch eigentlich Eine ganz normale Kleidung So einen Eisenhelm Brauchen wir auch nicht Es sieht ja auch ein bisschen Lächerlich aus Wenn wir hier in so Zerfetzten Lumpen Herumrennen Und dann So einen Eisenhelm Noch aufhaben Wie sieht denn das aus Können wir doch nicht machen Blamieren wir uns doch Ne wir müssen Wir müssen eigentlich Nach Weißlauf Und Liebe Freunde Das werden wir machen Das werden wir machen Ganz klar Wir gehen nach Weißlauf Und Vielleicht sammeln wir auf dem Weg Noch ein paar Nützliche Zutaten Mit denen wir Vielleicht noch mal Einen kleinen Trank Brauen können Dune Dune folgt uns Der ist schon Auf dem Weg zu uns Das ist gut So da hinten sollte Jetzt aber auch Kein weiteres Getier mehr Auf uns warten Beziehungsweise Uns Anspringen Hoffen wir es mal Denn Wir haben jetzt Überhaupt nichts mehr Wir haben keinen Mana Wir können keine Zauberwirken Wir haben Ja eigentlich Sind wir auch Viel zu überladen Für irgendwie Ähm Die Benutzung Des Bogens Wenn wir den tragen Dann können wir Nicht mehr laufen Deswegen sollten wir Das noch nicht machen Wir sollten Einfach Weiter laufen Und Hoffen dass wir hier Nicht irgendwie Erwischt werden Von irgendwas Aber das sieht ja Eigentlich noch Ganz gut aus Und kann das Wetter Nicht endlich mal Besser werden Das hält man ja Nicht mehr aus Du bist Leicht hungrig Rohes Essen Liebe Freunde Das machen wir Du bist satt Und anscheinend Haben wir uns Mit nichts Angesteckt Ach das ist schön Liebe Freunde Hey Bauer Ich bin unterwegs Nach Windhelm Um mich den Sturmmänteln Anzuschließen Ulfric hat recht Mhm Das hast du also vor So wie Ralov Denjenigen Der uns Nach Flusswald Begleitet hat Der hat auch Davon gesprochen Die Sturmmäntel Die Wolken teilen sich Als der Regen Aufhört Das heißt Wir kriegen jetzt Endlich Sonnenschein Liebe Freunde Ja es wird schon Hell Es wird schon Hell Das ist Oh ist das Wunderschön Liebe Freunde Ist das ein Anblick Herrlich Wunderschönes Wetter Okay Dann begeben wir uns Noch einmal nach Weißlauf Und werden dort Mal nach Schöner Kleidung Ausschau halten Vielleicht finden wir ja sogar Eine Rüstung Eine Rüstung Die vielleicht Nicht allzu Teuer ist Und Naja Hoffentlich Nicht allzu Schwer Oh Oh Rote Bergblumen Na die Nehmen wir uns Doch nochmal Mit Denn Rote Bergblumen Sind Naja Die stellen Unser Mana Wieder her Unsere Magica Die Die Dinger kann man gut gebrauchen Ähm Ich bin gerade noch am überlegen Ähm Ähm Wo Könnte es denn Ähm Leute geben die Kleidung verkaufen Da würde mir jetzt eigentlich nur Bähne Tor einfallen Ein Kleiner Händler Am Markt Da sollten wir vielleicht mal nachschauen Da vorne ist der Markt Hier haben wir den Händler Bähne Tor Gemischt Waren Und hier werden wir dann mal schauen Ob Bähne Tor Vielleicht Irgendetwas Ankleidung Verkaufen kann Ob der sowas im Angebot hat Alles steht zum Verkauf Alles Wenn ich eine Schwester hätte Würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen Jo Wenn er eine Schwester hätte Werf deinen Blick darauf Also gut Er hatte nichts zum Anziehen Das ist nicht Das was wir wollten Schade Bitte kommt wieder Was Sonst Der einzige der vielleicht irgendwie Kleidung hätte Das wäre noch Ähm Und da muss ich aus Erfahrung sprechen Jetzt mal so ganz auf Charakter Das wäre Fahrengar Oben in der Drachenfeste Aber Da Dresen Das ja nicht weiß Und das vermutet man auch eigentlich nicht Dass der Hofmagier des Jarl Kleidung verkauft Werden wir das nicht machen Liebe Freunde Ich nehme nicht an Dass ihr diesmal etwas kaufen wollt Ich schaue heute Ähm Wir werden da ganz einfach nicht hochgehen Zur Drachenfeste Auch natürlich Weil der Der gute Fahrengar Uns ja aufgetragen hat Ins Ölsturz zugegrab zu gehen Da vorne ist es Da müssen wir hin Ähm Es ist natürlich jetzt nicht so Das Optimale Also das Ultimum Wenn wir da hingehen Und sagen Hey Habt ihr vielleicht ein bisschen Kleidung Ein bisschen Bessere Weil der erwartet ja eigentlich Dass wir da hochgehen Und diesen Diesen Drachenstein finden Und nicht dass wir uns hier so Munter Fröhlich irgendwie Beschäftigen Das ist ja nicht was er will Und eigentlich haben wir es ihm ja auch versprochen Dass wir da hochgehen Nur sind wir noch nicht bereit dafür Das können wir ihm aber auch nicht so sagen Deswegen können wir da nicht hoch Was? Okay, liebe Freunde Liebe Freunde Wir suchen uns hier noch jemanden Der uns vielleicht irgendwie ein bisschen trainieren kann Wir schauen uns mal ein kleines bisschen um Denn irgendwie müssen wir ja auch unsere Fähigkeiten hochbekommen Die sind ja nun nicht wirklich Können sich ja nun nicht wirklich sehen lassen Redekunst ist schon mal ziemlich gut Jetzt mittlerweile geworden Die ist kurz vorm Stufenaufstieg Wo? Schlossknappen Taschenhilfstall Redekunst Genau Der ist kurz vorm Stufenaufstieg Kampfgeborener Gebt mir euer Geld Ich Ich habe kein Geld Ihr solltet mir jetzt am besten fünf Septime geben Sonst kriegt ihr eins auf die Nase Nein, bitte Ich hab wirklich kein Geld, Braid Morgen kriegt ihr zehn Septime Aber bitte nicht schlagen Morgen zehn Septime, Baby-Kampfgeborener Oder es gibt eins auf die Nase Und die Lebe Ich weiß, dass euch eure Familie in Ehre wichtig ist Aber wir können uns das nicht leisten Ich habe Wochen gebraucht, um diese Diebeshöhle zu finden Ich kann jetzt nicht aufgeben Aber ich kann mir das Schwert auch nicht alleine holen Ihr wollt also eure Frau und eure Tochter Für die Beschaffung eines rostigen alten Schwertes hungern lassen? Ich muss einfach nur ein, vielleicht zwei gute Männer anheuern Ihr würdet auch keinen Hunger leiden müssen Ganz einfach Holt euch euer Schwert oder behaltet eure Frau Wenn ihr einen Fuß vor das Tor setzt Bin ich bei eurer Rückkehr nicht mehr da Saphir Wartet Euer nicht Ja Ähm Wo gäbe es denn jemanden, der uns irgendwie trainieren könnte? Dresen kennt die Leute hier nicht Und Wir müssen uns eigentlich erst einmal ein kleines bisschen umsehen Das mächtigen Talos an Der sowohl Mensch als auch Gott ist Jorvasker Die Halle der Gefährten Und wir werden Himmel wie auch Erde besitzen Die haben wahrscheinlich Besseres zu tun Als einem Schwächling wie wir es sind Die Kunst des Kampfes beizubringen Die Himmelsschmiede Eine legendäre und uralte Schmiede Der mitunter die größten Waffen Von ganzem Israel geschmiedet werden So heißt es jedenfalls in Legenden Entschuldigung Ich habe eine Menge Stahl zu schmieden Erzählt mir doch etwas über euch Seid ihr blind, Junge? Ich bin ein Schmied Da sieht doch jeder Dorftrottel Ja, ich dachte vielleicht irgendwie Ihr könntet da mehr ins Detail gehen Trainieren kann er uns auch nicht Tja, liebe Freunde Wir müssen doch hier irgendwie jemanden finden Der uns ein bisschen trainieren könnte Die Zukunft von Tamriel Und da ist sie, meine Freunde Die nackte Wahrheit Wir sind die Kinder der Menschheit Talos ist der wahre Gott der Menschheit Von Fleische emporgestiegen Um das Reich des Geistes Haben wir hier vorne vielleicht jemanden Der uns trainieren könnte Ja, liebe Freunde Die Bewohner Der Städte und so Haben mehr Dialogoptionen Unter anderem Dialogoptionen Die Ja, merkwürdigerweise nie In der Originalversion Abgespielt wurden Obwohl man sie aufgenommen hatte Also jedenfalls Hatte ich sie nie irgendwie gehört Nun Das ist Olfried Olfried Kopf des großen Kampfgeborenen Clans Ihr habt den Namen sicher schon gehört Naja, eigentlich jetzt nicht wirklich Aber trainieren kann er uns auch nicht Passt auf euch auf da draußen Habt ihr euch schon als Seltener versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch Und am Rennen Ist endlich mal jemand Der unsere Einhandwaffen Fähigkeit trainieren kann Und liebe Freunde Das machen wir jetzt Ich kann euch ein paar Dinge beibringen Das kostet aber auch etwas 100 Septime Na gut Das machen wir einfach mal 150 Ja, okay Machen wir auch einmal Nun gut Ja, okay Das ignorieren wir jetzt einfach Dune versperrt uns schon hier Sehr convenient Den Blick Dann müssen wir uns Diesen komischen Bug nicht antun Und Ich würde mal sagen Bevor uns hier unsere Folge zu lange wird Machen wir hier einen kurzen Break Eine kurze Pause Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder Wenn wir Vielleicht Jagen gehen oder so Ich weiß es noch nicht genau Drazen hat sich da noch nicht Für irgendetwas entschieden Was wir denn machen könnten Wir könnten natürlich auch immer schauen Dass wir hier unsere Alchemie Angelegenheit Irgendwie nochmal ausprobieren Das könnten wir natürlich auch machen Auf jeden Fall Eins Eins machen wir nochmal Äh Dune Gehen wir Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen Was braucht ihr? Ich bräuchte meinen Langbogen zurück Genau Und natürlich sind wir jetzt Zu schwer beladen Ja Ja Was könnten wir denn abgeben Ja Eigentlich hätte es Skipperfell Ne Das ist so ein bisschen Ja Ja ich denke Das ist ganz gut Dann mal los Ja Das war es auch Das war ein bisschen zu schwer Jetzt können wir wieder laufen Ähm gut Dann machen wir hier wieder mal Eine kleine Pause Liebe Freunde Das ist natürlich schade Wir haben jetzt nicht irgendwie Kleidung kaufen können Aber das werden wir wahrscheinlich nochmal irgendwann machen können Ähm Spätestens Und das kann ich euch so schon mal sagen Wenn wir Ähm Den Drachenstein Zu Fahren gar gebracht haben Wenn wir uns da hochtrauen können Zu Fahren gehen Der hat nämlich Äh Kleidung Im Angebot Jedenfalls kann er Kleidung im Angebot haben Häufig War jedenfalls so Immer Als ich das So hatte Als ich mal nachgeschaut habe Da war das so Das weiß Äh Dreisane allerdings nicht Und deswegen machen wir jetzt hier eine kleine Pause Ich würde mich freuen Wenn er auch in der nächsten Folge wieder einschaltet Ich sage Tschüss Und bis dann Und bis dann Also Ich bin Ichsche dir dies Und ich bleibe Jetzt Und ich bin wie bei dir Ich entendu Ich parliament ���geast Undbar Ich miliere Ich sehe Undbar Entsch stesso Undbar Ich televize Undbar Undbar